Ja, herzlich willkommen zurück zu Death Knights of Criden. Wir sind jetzt gerade im Graveyard von Cerberus, um den Geheimgang zum Darkguard Keep zu benutzen. Der ist nämlich hier. Wir finden uns also im Thronraum von Lord Soth offensichtlich. Von den Schäden. Sie erklärt ihre Presence. Ne, das wird doch... Wird da wieder jemand total vertrauensselig sein? Erzählen wir wahrscheinlich gleich eh unsere ganze Lebensgeschichte, also... Ähm... Mein Name ist Lenore. Die Frau trägt in Teters, als sie nervös an die Treppen. Ich schaue für Essen oder Geld für meine Familie. Sie schaue Stiffen. Ich habe ein Recht, aus diesem Ort zu stehlen. Soth Minions töten meinen Vater und unsere Kinder müssen essen. Meinst du nicht, es wäre dann vielleicht günstiger, irgendwo anders etwas zu klauen, als im Hauptquartier des Oberbösewichts? Naja... Ah, du warst also bisher nur hier im Erdgeschoss. Sonst noch nirgends. Mhm. Sehr interessant. Das merke ich mir mal. Naja... Natürlich erzählen wir jedem, der dahergelaufen kommt, alles über unsere Mission. Naja, wir töten ja hauptsächlich Untote und wir haben meistens weder Money noch Rations. Also bestimmt keine Rations. In exchange, I'll help you as much as I can with the knowledge of the keep. Ja, okay. Ja, nehmen wir dich mit. Ist ja so vorgesehen. Leno, thanks to you, but cautiously remains in the shadows a few steps behind. So, what have we here? A young maid is here, sweeping the same section of floor again and again. Her body is rigid with fear and her eyes are lowered. What do you do? Talk to her. The maid looks around anxiously, then presses the key into her hand. Help us! Our quarters are on the western side. She runs away. Ja, du bist ja auch sehr vertrauenselig. Westen. Dann gehen wir nochmal nach Westen. Then her stops you abruptly. Wait! She pushes the stone in the floor with her foot. Iron spears shoot from the walls. Another step and you'd have been skewered. The keep is full of traps. Mhm, naja, gut. Wir haben zwar auch nen Dieb, aber wenn du das rauskriegst, auch gut. You unlock, you unlock this door with the key the maid gave you. Mhm. You hear patrol approaching. Hide. You don't have time to hide. Super. Super! Gucken wir mal. Okay, das ging ja nochmal gut. These are the servants' quarters. They cluster around you, pleading, please help us. They explain their problem. Mhm. 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 2322. Servants of Soth. We were once citizens of Cerberus. Äh. Das seid ihr doch immer noch. Ich meine, nur weil ihr gekidnappt werdet, verliert ihr doch nicht euren, euer... euren Status als Bürger eurer Heimatstadt, oder sehe ich das falsch? Naja, okay. We were once citizens of Cerberus, a barmaid begins. Soth brought us here to serve his minions. We don't know if our families even know what became of us. Doch, wissen Sie, die haben uns ja geschickt. Another barmaid interrupts. One of Soth's head minions keeps us here under Geass. He calls himself Commander. She sneers in disgust. The first barmaid continues. The commander's magic is focused in an orb he keeps in his chamber. Break the orb and the Geass will be lifted. No, the second contradicts. You must break the orb and kill the four patrols on this floor. Only then we may go free. Anyway, the first finishes. The commander's quarters are closely guarded, but relocated a secret passage that leads directly to the orb. Ich glaub's ja nicht. The entrance is directly ahead. Please smash the orb and kill the patrols. Eh, de, 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 de. Geheimgang direkt, eh, um die guards drumrum. Genau zu dem, eh, wichtigen Gegenstand der bewacht werden musses, eh, es ist nicht zu glauben. Also die Dummheit der, 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 beiden Seiten hier der Bösen und der Guten hält sich echt die Waage, muss ich sagen. Mein Gottes. The passage in the north war leads to the orb. Once you smash it and kill the patrols will be free. Toll. Lenore spricht. Ich bin sorry, aber ich muss jetzt nach Hause gehen, um meine Kinder zu checken. Ich versuche, dich später zu erheben. Lass mich, dich sicher nach Hause zu holen, meine Frau. Dörfie sagt mal, du willst jetzt nach Hause bringen, Dörfie. Nudge nudge. Guck nicht so gierig, du. Ich werde dich bald zu erheben. Dörfie geht mit Lenore. Na ja, gut, wollen wir ihn mal. Mach ruhig. Wird bestimmt eine interessante Reise. So, toll, hier ist... Ja, er hat einen großen Pfeil, der blinkt darüber. You smash it to the ground, destroying it utterly. Super. Toll. The closet is empty. Ja, hm. Oh, sollen wir noch vier Patrols totschlagen. Wo sind die denn? The servants wait anxiously for their gears to be lifted. Toll. Hallo. 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 Hier Patrol. Aha. Nummer eins. Majes turn their rare balls loose on you. Aha. Sie sehen ja nun mal, sie sehen ja total affig aus. Das ist ja handhabbar hier. Das ist ja schwer. Das ist ja schwer. Oh, ist mich getroffen. Wäre ich jetzt auch zum Bär-Bär? Nee. 2008 Punkte. Mein lieber Mann. Oh, sind das wieder magische? Nee, diesmal nicht. Schade, schade, schade. Nö. So, dann wollen wir hier nochmal rumleinen, bis wir die komischen Patrols finden. Das ist ja langweilig. Können wir hier noch zwischendurch irgendwo mal hin, wo es sinnvoll ist? Gibt es hier noch irgendwas, was ich machen will? Nee. Do you hear a patrol approaching? Attack. Another patrol closes on you. Ah. Ich gehe die Fui. Oh. Mal weg. Mal weg. Shit it. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Mehr hilft ja nix. Tut mir leid, Freunde. Das wird jetzt schmerzhaft. Aber, hm. Das blöde Ding ist ja hinter der Wand. Das kriegen wir nicht mal, ne? Schauen wir mal. Oh, die werden langsam da durch. Na gut. Wieder was gelernt? Ja, ja. Mach durch. Ihr seht nicht wirklich aus wie Fleischkohle. Schmerzhaft, wenn ich mir das... Das ist nicht wirklich. Oh, super. Wow. Autsch. Hey. Was lebst du denn so lange? Nope. Okay. Das war Patrol Nummer zwei. Das ist ein... Uah. Ah, nicht gut. Äh. Jetzt sehen die Feuerwelle aus. Die sehen ein bisschen aus wie Rakshasas. Die sehen sogar genau aus wie Rakshasas. Aber sind zum Glück keine Rakshasas. Na gut. Den einen wär ich hier wohl überleben. Komm. Ja, sehr gut. Hä? Gut. Magic schimmert in der Erde. Du hörst Distanz-Siriung als der Servi- Das ist doch eine S3, oder? Ach, der erste hat auch gezählt. Äh. As the servants realize, they've been freed of their gears to serve. Super. Ja. Das war ja klar. Word, fear, adventuring. A few servants meet you here. Thank you for lifting the gears, forcing us to serve and its keep. Take this. They hand you a skull. It belonged to the commander. He values it highly. They leave. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Na gut. Gehen wir hier mal nach Osten. The door is valid shut. There must be a secret entrance elsewhere. Okay. Und nur weil die Tür zu ist, muss es einen geheimen Eingang woanders geben. Aber gut Spiel, wenn du das sagst, glaube ich dir das mal. Soft throne is now a cave of rotted tapestries and cobwebs. Something seems strange about the wall to the northeast. Ah. Aber erst mal gehen wir hier hin. Und hier. Äh. Ehm. Jetzt mal das hier. Soft throne sits here. A mobile panel before it blocks a dark passage. An indentation and the top of the throne is skull shaped. The skull, the servant gave you fits in the indentation. Use it. Yo. Hidden mechanism rumbles and the panel slides aside. Exposing a secret tunnel. Nee, aber es ist gut, dass wir das haben. So, und hier war... Stand auch noch irgendwas, was ich zu schnell weggedrückt habe. So, und hier soll was sein. Ah. Ah, Secret Door. Wie schön. Können wir hier eigentlich... Ups, das wollte ich gar nicht. Ah, ah, ah. Oh, geht. Das ist ja sehr fair. You hear many voices chanting in the room ahead. What do you do? Rein da. A group of clerics are conducting a ritual in this auto room. As you enter, they turn and attack. Hurra. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ähm. Das da. Ihr beide da seid wichtig. Ähm, ja. Ist ja egal. Oh. So geht das. Dankeschön. Wunderbar. 4.800. Wow. Also, hier haben wir wieder nix. Nö. The priests lie dead around you. Something glimmers on the altar against the eastern wall. Lying on the altar is a huge sword. Take it. Hm, hm, hm. Ja, komm. Wird schon nix passieren. Bei Sir Carles Waffen ist ja auch nix böses passiert. Die die Ritter einfach so eingesteckt haben. Dann stecken wir das Schwert einfach mal so ein. Und? Sind wir böse geworden? Ja. Bisher noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin.